Hallo meine Hübschen! Hier bin ich nochmal mit dem zweiten Video für heute. Ja, dieses Mal soll es um meine Lieblingslippenstifte gehen. Ich habe jetzt mal querbeet in die Kiste gefasst und zu jeder Sorte ein paar rausgeholt. Nude-Lippenstifte habe ich jetzt leider noch nicht so viele, aber ich finde, es steht mir auch nicht so gut. Und ich muss dann eher, also ich kann so nicht das richtig, richtig Hautfarben, das steht mir einfach nicht. Und ich gehe dann eher auf freundlich-rosa, geht schon, aber ich habe jetzt noch nicht wirklich was gefunden, das mir von der Sorte richtig gut steht. Ich würde sagen, wir fangen mal bei den roten an. Moment. Moment. Das sind sie. Als erstes habe ich hier von Altera. Das sieht ja aus. Die Marke, die gibt es bei Rossmann. Die Farbe Red-Brown 04. Hoffentlich ist die Hand groß genug. So sieht er aus. Wie gesagt, ein rötliches Braun. Finde ich ziemlich schön. Ist jetzt nicht ganz deckend, ein wenig glänzend. Ich mag den sehr gern. Dann habe ich bei den roten, diesen hier. Der ist von Manhattan. Da steht jetzt leider keine Farbe drauf. Perfect Creamy and Care. Äh, 45 N. Den mag ich sehr, sehr gern. Ist ein tolles, kräftiges Rot. Eher klassisch, würde ich mal behaupten. Hat einen ganz, ganz tollen Schimmer. So sieht das aus. Und ein klein wenig bärig. Wie gesagt, der schimmert, äh, der schimmert ganz leicht. Und der ist vor allem auch total deckend. Ich mag Manhattan-Lebenstifte sowieso total gerne. Ich finde, das stimmt wirklich, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann habe ich hier eine etwas dunklere Rot-Variante. Ein Burgunder-Rot. Und der ist genauso wie der andere eben von Altera. Also wieder diese Rosnall-Marke. War im Angebot. Praktisch, praktisch. Der heißt Barry Elf. Zeig's mir mal in die Kamera. Vielleicht ist es sogar richtig rum. Guck mir der aus. Also hat man noch einen deutlichen Rot-Stich. Und einen Kaffee-Braun, würde ich sagen. Also sieht wirklich ganz, ganz toll auf den Lippen aus. Ich mag den unheimlich gerne. Richtig schönes Burgunder-Rot. Kann ich nur weiterempfehlen. Wenn man es ein wenig auffälliger mag. Dann kommen wir zu etwas Dezenten. Und zwar ist das von Esprit die Nummer 210 Elegant Pink. Und ich behaupte ja immer noch, dieser Lippenstift ist ein Rot-Ton. Kein Pink-Ton. Kein, kein Pink-Ton. So sieht er aus. Also wie ihr sehen könnt, ist er im Gegensatz zu den anderen Farben nicht ganz so auffällig. Ein bäriger Rot-Ton. Ein wenig blau-stichig. Ich mag die Farbe wirklich sehr gerne. Trage ich auch wirklich total auf. Sieht man auch. Ja. Von Esprit hatte ich das gesagt. Von Esprit. Und der letzte in der Kategorie Rote Lippenstifte ist von P2 Oxford Street 100. Ein sehr schönes, elegantes Dunkelrot, würde ich meinen. Also es ist jetzt ein Rot, das trage ich eher abends. Nicht zu einem Job. Aber ich finde die Farbe genial. Habe ich mir jetzt auch das zweite Mal schon nachgekauft. So oft habe ich den benutzt, aber ich hatte ihn auch an Fasching drauf. Und da habe ich bestimmt nachts zehnmal nachgefahren. Geht auch leicht ins Bärige. Okay, ich merke gerade, so richtig, richtig knallrote Töne habe ich gar nicht. Also der ganz links. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Leicht bärig, sehr deckend, glänzend. Toll. Einfach eine tolle Farbe. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Lieblingskategorie. Und das sind auf jeden Fall pinke Lippenstifte. Ich liebe pinke Lippenstifte. Mag ich sogar fast noch lieber als O-Töne, besonders im Sommer. Stehe ich total drauf. Als Ersten haben wir hier ein 537 Extreme Last, äh, Last, äh, Last und Schein. Von Manhattan mag ich total gerne. Es ist so ein Pink-Koralle-Ton. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde da was auch sehr gut zu meinen. Das sieht man natürlich jetzt nicht, weil ich selber einen Pink-Ton drauf habe. Also, ja. Ich swatch ihn euch mal. So sieht er aus. Man sieht ihn wirklich kaum. Da ist meiner natürlichen Lippenfarbe total ähnlich. Es ist ein wirklich schöner Koralle-Ton. Ich würde sagen, es ist ein guter Nude-Lippenstift für hellhäutige. Hellhäutige, also so blasse wie ich. Ich finde den total schön. Natürlich nicht ganz deckend, aber ich mache als mehrmals so Schichten drauf. Dann kommen wir zu dem Zoeva Rushberry Lipcran, äh, Lipcran, äh, Gray. Heute kann ich nicht reden. Lipcran. So sieht er aus. Da gibt es noch einen total schönen in der Serie, und zwar heißt der Vintage. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Newton. Leider war der bisher auf der Zoeva-Seite immer total vergriffen. Würde ich mir total, äh, würde ich mir sehr wünschen, dass der mal wieder erhechlich wäre. So. So sieht er aus. Ist ein richtig krasses Pink. Mit einer übelst genialen Deckkraft. Hier unten ist er richtig, richtig geil. Und eine tolle Farbe. So. Als nächstes, ähm, ein Caprice-Lepenstift. Und das ist die Farbe Pick Me Up 110 Ultimate Color. Ziemlich abgedäpscht. Oh, das kennt man jetzt. Oh, ja, das geht. Der ist, ähm, der ist dem Manhattan-Lepenstift wirklich ähnlich, finde ich. Nur noch ein, ähm, nein, Quatsch, das war der Lip Canyon. Ich meine natürlich den Lip Canyon. Der rechte ist der Lip Canyon, der linke ist der Cat Drees. Ich würde fast sagen, der Cat Drees ist noch ein bisschen greller, aber nicht ganz so deckend. So. Das waren jetzt die Lippenstifte, die ich mal rausgesucht habe. Ich hoffe, euch hat meine Auswahl gefallen. Wenn ihr jetzt noch Nude-Lippenstifte oder auch auffälligere Sachen sehen wollt, könnt ihr gerne Bescheid sagen. Habt noch eine ganze Auswahl, ganz schön größere Auswahl an lila Lippenstiften. Jeder macht mal eine komische Phase durch. Genauso wie Nude-Lippenstifte, die mir aber leider nicht wirklich stehen. Wie denn auch sei, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.